We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Man kann Previous Versions anspringen, das heißt, jede einzelne Eingabe wird abgespeichert, zu der man zurückspringen kann, wenn man irgendwas verbockt haben sollte. Die Notizen lassen sich in verschiedenen Farben und Farben anordnen, durchsuchen, auflisten, mit verschiedenen Icons versehen, was sehr, sehr schnieke ist. Es lassen sich kleine Textnotizen auch per E-Mail vermerken und aus dem ganzen Stream an Notizen lässt sich ein RSS-Feed generieren. Das ist ein RSS-Feed generieren.